Guten Tag und danke, dass Sie die Seite SCZ DDR, gleich Seminar, Zeitzeuge DDR besuchen. Hier erstmal mein Bericht vom Monat Dezember. Danke für die 2860 Besucher. Wow, das war wirklich, wirklich super, super. Ich glaube, 2018 schaffen wir die 3000. Hat mich sehr gefreut, natürlich die anderen auch. So, was gibt's Neues? Das Wichtigste natürlich. Wir haben, erstmal wurde SOS Kinderdorf ausgewählt und nicht Brot für die Welt. Das heißt, die Spenden von den Büchern von euch gehen nach SOS Kinderdorf. Es sind 133 Euro. Danke auch dafür. Und mal sehen, dass dies hier rauskommt. Ihr wisst ja, auf meiner Webseite gucken. Spenden und da könnt ihr klicken. SOS Kinderdorf oder Brot für die Welt. Und das, was bis zum 30. Dezember die meisten Stimmen hat, da wird's Geld hingespendet. So, das war's erstmal. Entschuldigt, dass ich so spät bin. Aber es war ein bisschen viel zu tun. Denn am 1.8. gegen Prensionen und da ist viel noch zu erledigen. So, was noch? Anschließend ein kleiner Film. Von Berlin. Silvesternacht. Feuerwerk. Also, bei mir vor der Haustür. Nichts Besonderes. Mit meiner Freundin Barbara. Und meine vergeblichen Versuche, heute Morgen das Video zu machen. Denn heute ist schon der 16.01.2018. Ciao, bis bald. Euer Günther. Feuerwerk. 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 Superknaller von der Babs. Jetzt los. Boab. Hoas. Boab. Hoas. Wolf. Hoas. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben heute den 15. Januar 2018 Ist mal ein bisschen spät für das Seminar Die Historie vom letzten Monat Aber ich möchte mich trotzdem jetzt erst bedanken, weil ich vorher nicht Zeit hatte Guten Tag alle Besucher der Webseite Seminar Zeitzeuge DDR Danke für die vielen Besucher im Monat Dezember 2017 Wir hatten exakt 2860 Besucher Danke für die 2680 Nee, umgekehrt 2860 Entschuldigt Aber wie ihr seht, habe ich hier gerade Shitwetter Aber ich will endlich mal mein Video fertig machen Anschließend zeige ich euch ein bisschen Vom Silvesterfeuerzeug in Berlin Feuerwerk und das wartet Tschau, bis bald Euer Günther Guten Tag alle Besucher des Seminars Zeitzeuge DDR Danke Damit ihr seht, ich habe mich bemüht Wir sehen uns dann wieder Anfang Februar Hoffe ich pünktlich Und nochmal Danke Und schreibt doch mal, wer ein Seminar haben will Würde mich sehr freuen Danke und auf Wiedersehen Tschau, euer Günther 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 Tschau, euer Günther